Wenn ihr die Show über einen Amazon TV Stick schauen wollt, geht ihr oben links auf die Lupe, gebt dort Ehrlich Brothers und dort seht ihr neben unseren TV Shows auch die App Ehrlich Brothers, die ihr euch downloaden müsst. Dort werdet ihr nach einem Zugangscode gefragt, den ihr bereits per Mail erhalten habt oder auf der Rückseite eurer Box sich befindet. Zum Testen, um vorher das Ganze auszuprobieren, gebt ihr 10 mal die 1 ein.